hallo einen recht schönen guten tag von typisch usbekisch in unserem heutigen beitrag geht es um eine französische kaffee kette bonn kaffee bonn gibt es dreimal in tashkent in der schottarustavelli straße in der chimkent straße und in der tschechow straße also keine großen kaffees es passen insgesamt 30 personen in jeweils in ein café rein eine reichhaltige menü karte es gibt hier salate sandwich die bieten auch sehr leckere frühstücks an man kann hier in einer ungezwungenen atmosphäre business lunchen oder einfach gespräche business gespräche durchführen es hat sehr leckere kaffeesorten eine große auswahl an salaten und die kaffee kette bonn die backen auch ihr eigenes brot und auch verschiedene gebäcksorten und stellen auch schokolade hier sehen sie zum beispiel suppen das ist brokkolisuppe und die erste war pilzesuppe das ist das interieur des cafés in französischem stil das ist die tecke mit verschiedenen keksen und schokoladen und auch leckeren kuchen vielen dank für ihre aufmerksamkeit abonnieren sie unseren kanal und verfolgen sie unser projekt im youtube vielen dank und bis zum nächsten mal